ob das klappt das ist aber nicht leise oder ich treffe dir noch niemals da haben wir noch aber das war in keinster weise leise schnappt und schnappt auch noch und da oben noch habe ich eine mehr super wir werfen immer so genau auf die mauern nein der schildmann kommt wieder wo denn kinnitus wo ist denn hier noch einer ha 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 ist das geil komm jetzt haben wir sie stirb letzter schuss verdammt mir geht langsam die muni aus nachladen mann jetzt habe ich allerdings keinen bock mehr wie bekommt er da noch aus der scheiß kirche einsatzschild da sind wir doch da sind wir dabei bis scheiß idee scheiß idee aber hat man anders nein ich renne genau da rein und da hinten noch und wo ballern die denn alles ey meine güte boah alle auch alle mach ich denn jetzt unten ist eine ak 47 nehm ich ich will die ak 47 da ist ja nur einer oder ich will keine mors oder ist einer komm einmal noch einmal noch um die ecke gucken ich will die voll willig endlich wo monizant habe ich jetzt wieder ich glaube der war für die granate noch nicht empfänglich die ich da hingeschmissen habe oh scheiße scheiß idee und zack meine waffe meine waffe ich freie mich langsam auf wie viele soldaten der hat und noch das schild männchen total immun ok alle oh nein da muss aber jetzt klappen ja ich glaube das war der letzte aber der hat schon besser geklappt als die anderen ausgezeichnete action so mal gucken ob es hier munitions vorräte noch irgendwo gibt was na 150 genau das brauche ich sehr schön granaten ak7 oh ne da geh ich noch nicht hin wenn ich jetzt wüsste was jetzt kommt ich weiß ja nicht wenn das jetzt in das haus reingeht dann würde ich lieber eine schroflinte mitnehmen so nahkampf mäßig vielleicht labern die da auch noch kurz und fertig weiß ich auch nicht okay hier ist eine granate aber die ist voll alles klar dann habe ich doch alles was man braucht geschafft ich kann doch wieder auf den arsch gucken die hat den arsch skill auch sehr hoch wie rebecca bei dead rising 2 ok sieht gut aus gibt es einen anderen weg nicht von hier aus achso ich sehe schon schilder action wirklich clever war voll der free climb war ey geschafft ok bin drin oh das sieht nicht gut aus viele waffen auf dem boden da kommt das war durch sag ich doch wo ist er hin ich habe zwar nicht gesehen was ich gemacht habe aber ich habe es gemacht sieben schuss ne zu wenig das war blöd boah eine gewisse das war gar nicht das hat einen generator erwischt Hilfe mal. Noch ein bisschen. Nee, los! Das bringt nichts. Ich brauch Strom, um dich herauszuholen. Hältst du noch durch? Klar, ich werd mir so lange die Füße vertreten. Der Schutzschalter muss irgendwo oben sein. Keine Sorge, ich mach das schon. Kein neues Kapitel? Toll. Der Strom ist weg und sie steckt fest. Ich schwör's, wenn da ein Zombie um die Ecke ist... Hätte ich Spaß dran. Ja, wo soll's denn hierher gehen? Weg ist es. Oh je. Ach, da oben. Amerika! Ja, unser Free-Climber hier wieder. Gute, dass die Mauern so kaputt sind. Ja, der kann die Bretter nicht durchboxen. Ich nehm lieber die Marco mit. Oder wie hieß die kein Plan? Achso, und der Strom ist im anderen Haus. Alles klar. Ups. Drei Stück nur? Da sieht die Waffe auch gar nicht, ne? Ich entscheide mich für ihn. Er sieht am brutalsten aus. Und den nehmen wir auch noch mit. Komm hoch! Wir haben direkt wieder Verstärkung geholt. Dunkel Prost! Vielen Dank.